Jungs, sollst du uns hier zeigen? Das ist wirklich unglaublich. Aber derjenige, der dran steht, die Mädels oder die Jungs, bitte. Er kann klassischen Kunstflug, flieg uns mal bitte. Einen klassischen Rückenflug, bitte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 über den Cocktail, gut, 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 gut. Bei jedem Rücken in den Alten, ich glaube, der Hälfte da noch den Höhenrekord, wenn er nicht richtig informiert wird, geht der ZDF für 7000 Meter hoch. Also das ist ein bisschen wenig, der sehr, sehr hoch liegen kann, dadurch, weil er eben so extrem leicht ist. Und die Frauen und Männer, die sie wollten, die sind bei der Stamate oder der Freizeit, die natürlich alles auch deutlich fluchtlos, als die Möbelinnen und Pilosen in dieser Welt sind. Das ist erstaunlich und das Schöne ist, dass unser Rückenformer durch die Rotation hat eine sehr, sehr große Motivstabilität, auch bei der Schöne und Wüste. Und darum sind sie auch so überall im Einsatz, diese Teile. Ja, das ist für einige, die wir sehen, dass wir gerade wieder in der Handel, sondern wir haben eine, aber das kann ich halt, dass wir in der Handel konzipiert werden. Weil so ein Hubsauger würde eigentlich die Bündnis stehen, die in der sonstigen Nachtsgebäude ist. Und dann lassen wir heute an der Seefase, können sie von der Augen hin nach dem Zoom dort wieder absetzen. Man braucht eigentlich gerade eine Landebahn. Es gibt sogar Piloten, die landen an Felsvorsprünge mit diesem Weg, wo sie gerade mal mit dem Fuß hier vorne einen auf dem Weltplan hier aufsetzen können. Ja, das ist ja auch ein bisschen. Vielen Dank.